Hallo, Herzlich Willkommen zu Unholy Kingdom Ja, mit Anne und Kuro und Maxi Vivi ist sehr erregt, müsst ihr wissen Ich wollte jetzt auch gerade sagen Ich genieße es, wer weiß, wann ich es das letzte Mal nochmal sage dadurch, dass ich immer nur das vierte Mal dran bin muss man das richtig so I can feel it I can feel it in your eyes I can see it in your smile Okay Ich fände die Festung Ich finde die Festung echt ganz cool Wo ist unser Oakwood? Oakwood? Ähm Ja, im Wald wahrscheinlich Heiho, heiho Wir sind vergübt und froh Heiho 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 Was ist denn im Keller von der Festung? Ähm Warst du da schonmal? Die Defias Bruderschaft Erstmal das vor allem Aber unter anderem sind da auch Monsterspawner, Schatztruhen, Gefahren, Fallen Wieso sind wir da noch nicht reingegangen? Den größten Teil hat mich geplündert, was das angeht Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob ich alles geplündert habe bis dann ist Weil es teilweise auch echt gemein ist Weil dann sind da Illusionsblöcke Da kannst du rüber gehen Wo du denkst, das ist ein Schatz oder was? Achso Nein, die nennen sich Illusionsblöcke Das sind einfach, die sehen aus wie Koppelstone Gehst drüber und fällst runter auf Stacheln und bist tot Ha Das sind einfach Blöcke, die eigentlich nur so aussehen wie Blöcke, aber sind gar keine Blöcke YOLO YOLO Was mit denen von der Defias Bruderschaft? Was ist denn mit Nefias? Nein Nefias Bruderschaft? Die Nefias Bruderschaft? Die Defias Bruderschaft? Nein Nee, du hast doch Nefias gesagt Wir sind von der Defias Bruderschaft Er hat Defias gesagt, definitiv Wir sind von der Defias Bruder Warum jetzt mach ich das auch falsch? Ja Versteht ihr denn jemand? Also ich verstehe nur Popo klatschen Ah Das ist schon die Opferungsfolge, ne? Ah Ah Scheiße Ja, den Helm haben wir, aber wir haben leider nicht einen Turm Und wir haben leider nicht den Diamanten Doch, 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 wir haben einen Turm Haben wir nicht mal gesagt, das muss nur außen stehen? Nein Es muss auch fertig sein, wir brauchen ja auch noch verzauberte Gegenstände Ist doch nicht so schlimm, hallo? Oder wollt ihr unbedingt, dass das Projekt Sende geht? Ich hab mir noch nichts einfallen lassen Nö Eigentlich sollte Gro sich ja längst was einfallen lassen, Leute Aber leider hat er noch keinen einzigen guten Vorschlag abgeliefert Nein, doch Grundgerüst steht Aha, das Grundgerüst Ja, das ist so wie beim neuen Minecraft Projekt Das Grundgerüst steht Ja, das ist so Ja, das ist so Oh Okay, dann I believe I believe in miracles I believe in her I believe in her Stein ist es schon längst wieder durch You sexy thing Was sagst du? Stein ist das Projekt noch längst wieder durch Bis wohin? Ja, bis, bis, äh, Anfang August Bis der Games kommt? Ja Ne, da startet das gerade Was machst du? Nein Komm da hinten nicht mehr ran Ich mach es wieder nicht Es wird Es wird Es wird Es muss halt die Frage gestellt werden Starten wir es wahrscheinlich noch vor der Games kommen Oder erst nach der Games kommen Es wird Es wird Ernst Oh nein, Maxi, ich hab Angst im Dunkeln Maxi, nimm ihre Hand, sie hat Angst im Dunkeln Der hat mich hier eingefährt Von wegen, kann ich nehmen Der hat mich hier eingebuddelt So, wie können wir denn beim Chibi helfen? Ähm Inneneinrichtung Inneneinrichtung Ach ja, ich Ach, die in der Richtung Können wir nicht Glasblöcke da über diese Abgründe machen im Turm? Können die, ja, gut, ja, stimmt Da können wir ja auch durchgucken Ja, ist, ja Ich will nicht mit den Turm stürzen Hier, das ist voll gefährlich Ja, ich find's gerade lustig So, ich mein, ich als Konstrukteur, ich weiß ja was da Was die Türken sind Ich hätte gerne, dass um den Turm rum so fliegende, brennende Schädel rumflattern So voll eklig und wie die Romanten mäßig und so, ne? Okay Okay, Max, okay Okay Wir haben diesmal keine richtigen Gesprächsthemen gehabt, ich bin so ein bisschen enttäuscht von uns, ne? Doch, wir haben über Herpes geredet Du bist unser Gespräch der Auftrag da Ja, und über Lieder haben wir auch angestimmt und gesungen Ja Findet ihr, dass das reicht? Ich fand, ich fand das, wir waren mega unterhalten Das ist dem Lehrer nicht, äh, nicht genug Das reicht uns noch nicht Das reicht uns noch nicht Weißt du, das ist so wie mein Klassenlehrer Sollen wir aktuelle politische Themen nehmen? Der ein Jahr mit uns in Heide Park gefahren ist Ne, in Warner Brothers Park Als Klassenausflug Und nächstes Jahr hieß es dann, das sei nicht, äh, bildungsintensiv genug Ah, hm Ja, okay Weißt du? Aber so rein politische Themen, ne? Wenigstens hat er es gesagt Griechenland, EU oder nicht? Na Was? Ist doch egal Ja, hier ist ja noch nicht mal der Turm für, doch So egal, hauptsache, der Väter ist günstig Oh Gott Ist das auch so ein Politiker, dieser Väter? Ja Ja Der sitzt immer links neben Varoufakis Man nennt ihn Väter-Case Hat Varoufakis was mit Lapislazuri zu tun? Mh, nein, leider nicht Es wäre schön, wenn Ich hatte jetzt ein paar Bücherregale, die könnte man jetzt hier hinstellen Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die wie geplant ist, dass auf dem Zaubungstisch steht und die Bücherregale stehen sollen und, und, und Als hätte sie irgendwas geplant, ey Stimmt, als hätte sie irgendwas geplant Mir ist da oben, das steht da oben, oder nicht? Ey Hack bitte nicht den teuren Stein Warte, warte mal, ich wollte grad sagen, wenn man hier abbaut, ne, ist das ein direkt freier Fall? Äh, äh, ja Cool Ja, hier explodiert ja nicht wirklich was Nein, hier explodiert nichts Was darfst du? Nein Nein, hier explodiert nicht Explosionen, mehr Explosionen Können wir nicht hier noch so einen Durchgang nach oben machen, also hier so, noch da hoch Noch da hoch, auf dem Berg, auf den Gipfel Was? Was? Auf den Kipfel, auf den Zipfel Ähm, die Leiter, die ich hier links mache, die möchte ich jetzt eigentlich auch ganz oben in den Gipfel bauen Du selbstsichtiger Mensch Habe ich runtergespuckt und runtergepinkelt und wieder Ganz genau Und dann bin ich mir nach unten gegangen Oh, hier kommt man ja durch Und hat mein Werk betroffen Aaaaah Ey? Stehe, Anne Ja Ne Nur ich Verließe schlank Bitte Kalissi 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 So, jetzt müssen wir mal opfern, Freunde Auf zum Opferstock Okay Auf geht's Freunde Hau mich nicht Hallo, Freunde Wir sollten mal opfern Oh mein Gott, ich werde mal einer auf eines Tops gespielt Äh, Anne jetzt nochmal ein bisschen Private Talk, ne? Ja Soll ich den, der Server, ne? Ich hab den ja jetzt schon einmal verlängert, ohne dass wir da einmal drauf kommen Oh scheiße, ich dachte, du hättest den gar nicht mehr verlängert Ähm, ja, wie, wie, komm, man kann den doch auch ruhen lassen und dann wieder aktivieren, oder nicht? Ja, ja, klar Ja, willst du das vielleicht erstmal so machen? Ja, ja Wollst du, ich wollte Richtig überweist dir trotzdem das Geld dann noch Nur angekündigt haben David, David, lauf Was weiß nicht, die Hunde Aua, Mann, hau mich nicht 4, 8 Ich hab kaum noch Essen Ich hab kaum noch Essen Deine Klapp hat noch nie geschadet Ich hab kaum noch Essen Los Katsch Aua Vor allem, wie die die Treppen hochspringen, sah so toll aus Ey, wo ist der Rest? Achja, hat jemand die Dias und Kohl schon mitgekommen? Ich hol's grad Wo habt ihr denn die Dias reingemacht in die Kiste da hinten rein? Sagt hier was? Ne, hier ist nichts Ne Doch Hä? Muss irgendwo was sein Das macht komische Geräusche Ne, hä? Findest du als wir die I believe in America I believe I I believe I Can fly Can cry Ja, da brennt's hier Da qualmt's doch Da qualmt's doch Da qualmt doch jemand Ich glaub ich bin taub jetzt Monster Hunter Monster Hunter Ich glaub ich bin taub jetzt Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter Monster Hunter Da war der brennende Schädel, den ich wollte Seid ihr schon oben? Ja Achso Fehlen nur ich? Ne, ich hab noch die ganzen Sachen geholt Das ist ne Klingel hier, warte mal Anne komm mal her Ja, das macht Geräusche Ja, komm doch mal her Ja, Max, ich spring da oben drauf Klingt voll unangenehm Anne komm doch mal her Als wäre mein Headset kaputt Komm mal her Ja, wo bist du denn? Zu meinem Haus Ach die Ah Da warst du eben, deswegen sag ich ja, sonst her, komm Komm mal her, ist nicht so konkret Komm mal hierher zu meinem Haus Geh mal durch die Tür Der Klingel Klingt so, als würde ich mir den Kopf stoßen am Türrahmen Ich hab'n Pfeil zum Bogen Dann weiß ich, wer in mein Haus geht Ding Komm, wir gehen hoch Ja Ich hab'n Pfeil runtergeworfen Ey, ich seh'n Pfeil die ganze Zeit hier Mein Headset fängt an zu piepen, das Akku ist gleich alle Die Piepshow Wir sind ein bisschen früh dran mit Opfern, das ging eben schneller als erwartet Na, dann ist die Folge halt ein bisschen kürzer Nein, die Folge darf nicht kürzer Ich meine, wir opfern und dann fangen wir ja dann Möchtest du noch eine Predigt halten, bevor wir opfern? Oh ja, komm, lass uns so machen Oh großer Withergod Oh großer Withergod Diesen Schoko Diesen Schoko-Cookie Opferlicher dich Blutopfer, Blutopfer Wir sollten noch ein Gospel singen Oh, with a day Oh happy day Oh, with a day Oh, with a day Das ist kein Grausam War das Schönste, was ich je gehört hab Können wir jetzt bitte opfern? Ihr sollt nicht mir auch einen Scheiß opfern, Mann Wie wäre es mit dieser Presse? Nein Oh, hip ab Also, Siri Ein bisschen Glas Eine Fackel Ich hab noch nen Sound Cobblestone hab ich auch noch Hey, du bist Knochen Hier sind noch mehr Cobblestone Hier sind noch Cobblestone Wie viel ist mit denen hier? Das hab ich auch noch Oh, noch ein bisschen Cobblestone hab ich auch Ein bisschen Brot noch Nicht so sehr voller Brot! Bist du denn für's Wahnsitz? Hier, der Marmel nicht Nicht der Marmel Alles fällt dem Wundergott zum Opfer Das ist für eine eskalative Orgie hier Der wird ganz schön sauer sein Er denkt sich gerade so WTF, komm, was ist das denn alles? Jetzt hab ich Appetit Mauer Hier, Emirates kommen jetzt Guck mal hier, Emirates Ah, mhm Vivi, triffst das Loch nicht? Nee, ich Äh, nein Ich hab das ganze Ich fang die hier irgendwie immer mal wieder auf Zwischenseitig Achso Deswegen Mein Inventar ist doch leer, was ist denn passiert? Machst morgens so auf, hast nichts mehr Was ist passiert? Und auf deinem Arm steht eine Handynummer Da lacht er nur doof, ey Jetzt muss ich Ihr zieht die Folge nur damit in die Länge, dass ihr mir Scheiße zu werft Ich glaub, Geror hat auch hier und da schon was weggesnackt Das sieht gerade so aus, als würde alle rotes, rote, rote, rote Sachen kotzen Rotes abbrochenes, das kann nicht gesund sein Doch Oh nein, meine ganze verzauberte Rüstung ist kaputt gegangen Ne Tür Das war meine Auch der Withergott war auch ne Tür Das ist wie bei so nem Hochwasser oder so Weißt du so, oh guck mal, da schwimmt meine Tür vorbei Oh guck mal, da schwimmt mein Auto vorbei Oh guck mal, Arlek wieder Du auch Oh oh Was sind das hier eigentlich für rote Strömen auf dem Boden? Ah, das ist der ganze Test, ja Ja, merke ich gerade auch Wieso, mir hat schon wieder jemand Nadel gegeben Das TR spackt schon wieder Und Anne klingt wie so nem Blubberfisch Als würde es unter Wasser sprechen Oh, 50 Wester und Herzen Weiß die doch ein, also nicht einzeln dran Guck mal auf Guck mal auf Guck mal auf Der Withergott verlangt danach Jetzt die Diamanten End? Ich will die Diamanten Ich will die Diamanten War das war schon? Das war's Das war's? Ja Das war's Endlich Das war's mit der Frau Mit dem Mittelfinger Wow Aua, 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 aua Was ist das hier? Ist das ein Bulle? Äh, aua, 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 aua Aber wo geht keine Splitter Aber wo geht keine Splitter Oh my fucking god Auah Aua Agnob Aua Au 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 Vielen Dank.